Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde von Final Fantasy 8 wir machen heute weiter mit dem Chogobo Spaß ich habe schon den Masterplan jetzt ausgetüftelt und zwar gehen wir zuerst zum sechsten Chogobo Tempel und dann zum vierten die Auflistung ist ein bisschen naja sie ist nach Schwierigkeit geordnet ok aber sie macht halt wenig Sinn äh bin ich drüber weggeflogen ich hab grad nicht aufgepasst Prozent hier sollte irgendwo demnächst der letzte sein Prozent irgendwo hier soll er sein zumindest theoretisch theoretisch vielleicht fragen sich ja manche wozu man das eigentlich macht eigentlich macht man es nur um zu einem siebten Tempel zu kommen was heißt zum siebten Tempel? zu einem Heiligtum heißt es ja Heiner du brauchst wieder einen, herzlich willkommen ähm ich werde mir erstmal bei dem paar Gieserkräuser kaufen brauche ich nicht ok und zwar zehnmal Gieserkraut das gleich nochmal das gleich nochmal ich meine ich bekomme hier pro äh wie heißt es pro soll sollt bekomme ich hier 20k da soll mich mal jetzt nicht so ein paar Gieserkräuter ärgern ach ich mach gleich die 100 voll glaube ich ist ja egal brauche ich sowieso was heißt brauche aber naja ihr wisst schon natürlich ein bisschen unspektakulär aber naja muss gemacht werden hätten die nicht einfach so einen Shop einbauen können bei dem müsst ihr langsam mal scheiße von außen nach äh von außen unten dann nach innen ok so ich gucke jetzt noch die vier ich jetzt schon habe nicht dass ich mich hier nahtlos überkaufe äh ach ich hatte schon mal welche irgendwo toll die finde ich da jetzt niemals Gieserkraut ja Gieserkraut äh ich finde keine Gieserkräuter ja ganz toll ne so ein volles menü ich habe immerhin 14 von 18 Seiten voll Alter das heißt mir fehlen grad mal 40 Items ungefähr wenn ich blind oder so ich sehe sie nicht da riecht nach chocobus gott meine bräsen ok vier eck und zwar fangen wir hier oben an da und steht direkt richtig wunderbar das erste dann müssen war das war kacke jetzt glaube mir ja das war jetzt klar scheiße meine flöte ja das war jetzt miss klick naja kaufschatten neu was die blöd ist weg ich hatte dich gewarnt siebenhundert gill kann man was willst du von mir okay hier wieder einsetzen okay dann muss ich weiß ich da wurde er gerade hergekommen ist wieder hin ja hier steht jetzt richtig ist klar ist klar und dann muss ich nach oben es wird eigentlich so lange dauern wenn man es selber herausfinden wollte ich habe das alles mal selber herausgefunden und da ist mir das jetzt relativ bewusst wenn ich jetzt nur doch mal nachschlage ist auch für euch sagt meine genugtuung sei sie eine wohltat euch das nicht anzutun weil das dauert dann echt lange wenn man selber herausfindet gehört das geräusch so damit hätten wir auch wieder die muri dann ist hinten rechts versteckt ach ist er noch auf schoko zack egal hier hat mir dann noch das item bzw. die drei items bekommt man hier meteor stein holy stein ultima stein um das lösungsbuch nicht lügt meteor stein holstein ultima stein oh wunder wunder hallo was zu sagen dazu ne sagt das gleiche okay so dann gehen wir jetzt zum letzten im lösungsbuch den vierten bald dem bald der trennung ist wieder ein drabier in der wicker eis ebene hoch da lang hallo hallo danke kürzen wir einfach ab indem man hier da lang fliegt man kann auch rückwärts liegen die geschwindigkeit übrigens die gleiche wo man spart sich halt dieses elend lang herum gedreht man sieht halt bloß weniger wo muss halt auf die karte verlassen ist irgendwo hier jetzt mal wir fliegen halt drüber hinweg da ist er schon da hat man den spaß auch endlich ist halt auch wieder relativ unspektakulär ist einfach nur eine schöne nebenquests womit man sich halt dann die joko brust freischaltet hi haut ab brauch ich nicht so diesmal ist gleich einer da beziehungsweise zwei wäre wenn wir nur einer da hätten wir schon gewonnen okay erst mal natürlich choco so nah und ist hier gleich der erste ja ganz groß wie stelle ich denn jetzt um wenn ich hier an dem chokobo bin man redet ja halt immer an okay einfach in dem chokobo drin was soll's jolo okay hat wunderbar funktioniert und jetzt vier das ist hier unten am eingang da damit hätten wir es schon tata so und dann suchen wir noch das das ist das ding jetzt hier da könnte schwerer sein schell und holi stein bitte jawoll jawoll damit hätten was genau genau treu siegel blablabla damit haben wir sechs wälder wenn ich jetzt gut aufgepasst habe und nicht durcheinander gekommen bin also gehen wir kurz raus und gehen wieder rein denn hier ist dann auch der ausgangspunkt für das die nächste teilquest zack ähm beziehungsweise hier müssen wir uns einfach den chokobo mieten aber weiß nicht bin da so ein script freak und macht das denn lieber so dass wir raus sind so mit dem chokobo reiten denn da wo wir hinwollen kommen wir nur mit dem chokobo hin 234 und hopp ja ja halt 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 moment ich werde auch mal weiter vorlesen ich lese selber zu feierter sagen es gibt heute einen chokobo kit umsonst den kleinen geben einen namen das ist nämlich die gf die man freischalten muss heißt boku problem ist daran dass man um alle seine form zu bekommen chokobo spielen muss was er gerade erklärt nun da die passende musik schon angelaufen ist hier eine erklärung zu für chokobo world bap 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 jetzt ganz einfach die pocket station in memory card steckplatz 1 oder 2 stecken im menü speichern chokobo world auswählen bada bada chokobo world starten und dann boku macht sich auf die reise dreh erstmal eine runde viel glück problem ist nur ich weiß gar nicht ob es pocket station für ps3 gibt ich glaube nicht weil es gibt ja kein chokobo äh kein steckplatz ich kann ja mal googeln ob ich noch was finde aber eigentlich gibt es für die ps1 richtig und ja also eigentlich gibt es für die ps1 und für pc natürlich da ist auch die ps3 spiele ist ein bisschen doof gelaufen sozusagen ich muss erstmal kurz die küste suchen wo ich raus kann ich glaube das ist wenn man von der jetzt von der helis halbinsel runter geht die video die wie die wir vorhin so schönen cast haben was heißt vorhin letztens bei so einem irgendein paar hier können wir nämlich hier können wir nämlich raus übers wasser laufen denn hier ist seichtes gewässer sieht man fast gar nicht aber man kann hier lang laufen und auf diese wasser als hier ist bewusst wasser ist nicht nur über dieses flache wasser hier kann man wieder rein jetzt müssen wir uns hier den weg durchsuchen zum tschokobo heiligtum irgendwo hier durch den wald man sieht halt erstmal gar nichts muss ich so irgendwie an der karte orientieren man kann ja halt nirgendwo landen mit der ragnarok und hier kommt man rein das ist das tschokobo heiligtum und hier bekommen wir jetzt noch eine kleine belohnung heiner tschokobo ist aus der ganzen welt sind hier versammelt ich habe mir echt einen schönen zeitpunkt ausgesucht denn hier kann man noch was schönes beobachten Untertitelung des Z pages Untertitelung des ZDF, 2020 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 nehmen muss weiterhin süden glaube ich hoffe ich da ist es halt echt ein bisschen tricky das von der seite aus zu finden aber halt nichts sieht in diesen scheiß wald aber naja geht halt nur geht halt so habe ich noch meine ragnarok geparkt war das hier das war hier irgendwo kommt ich schnell geld mit schokobus wenn man nicht glitschen möchte muss man einfach nur mit schokobus reiten da man könnte auch einfach auf der karte nachschauen aber so wieder bei unserer geliebten ragnarok dann speichere ich mal seit langem wieder ich habe mich bisher gar nicht gespeichert deshalb da auch hier zu wo wird freigeschalten bloß blöd dass ich da nichts gefunden habe aber gucken vielleicht finde ich doch noch was kurz mein lieben freunde dann bis zur nächsten folge wenn wir dann vermutlich mal wieder ein bisschen was nebensäßleres machen so was wie karten farm und schumi dorf ich mache davon aus dass ich das dann mal in angriff nehme macht's gut meine freunde bis dahin und tschüss bis dann 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 bis Untertitelung des ZDF für funk, 2017